okay ziemlich nice so ich will ich wollte jetzt irgendwas nehmen ich kann richtig nice das ist richtig cool der sagt nicht das okay das ist so cool uff ja wird mir stinken weißt du was der lehrt jetzt erstmal fliegen echt ne ne okay es ist einfach übel schwer okay let's move on alter ratten du 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 diga vor allem ist sie alter habe ich mich erschrocken okay das ist der okay okay das war gerade okay 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 ist das so ja ich dachte ich muss bis zur tür ja ich dachte ich muss bis zur tür du guck mal blau heißt strom gelb heißt kein strom ja 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 okay ich gehe hier lang hier ist alles okay ja da ist auch alles okay ja okay bist du lampe und da geht es nicht mehr weiter ja das heißt guck mal gehen wir mal zurück das sind kräuter oder ah lol da kann ich was verändern ich dachte das wäre statisch diga alle kreise können sich verändern hast du gesehen ja bei dem elbe war ich mir halt nicht sicher leck mich ich sehe jetzt auch wenn es treffig wird leck mich okay diga ist der heilung denkst du mhm schöner pass na alter Alex ist stark schстирет russl er sie er ja ich ja ich ich Okay. Was passiert, wenn ich den... Muss alles seine Ordnung haben. Gentleman. Ja, warum bücke ich mich? Okay. Jobgar. Uff. Okay. Hm, hm, hm. Vielleicht kann ich es einfach abziehen. Lass mich rein. Digga, hole ich die Ratte? Nice catch. Was, Baneke? Uh. Spogenketten. So weit in das durch. Muss ich nie... Spogenketten ernsthaft? Digga, soll ich mich einfach Just Wovon mal ziehen lassen? Ja. Du bist ja nicht hochgezogen. Du willst ja noch fahren. Alter, das sieht so geil aus. Oh. 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 Ein bisschen. Oh. So. Muss ich nachladen? Wie viele Schuss habe ich noch? Ich sehe. Ich drücke die Tasse, um das Magazin auszuwerfen. Ups. Okay. Alter. Alter, Digga. Das ist... Uff. Er ist wieder da. Drei Stück brauchen die. Digga, wie schnell ist der wieder ready? Ja, bin er halt. Kann ich die am Schwanz packen? Die zuckt noch. Dann greif mal ein bisschen, ja. Wo? Seid vor dir. Ich will da rein, auf jeden Fall. Digga, nach vorne drücken. Eigentlich träger. Hier, uh, Thumbstick. Den Thumbstick, ja, der macht aber da nichts. Nur nach vorne drücken. Ja, ja. Da macht der nix. Okay. Vielleicht hier so. Ah, hin nach hinten. Ja, als ob. Das gibt's doch nicht. Nein. 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 Fuck it. Ich lasse einfach geschehen. Dauert aber ganz schön, tatsächlich. Ich werde auch... Guck mal. Ja, ein bisschen ist gut. Fast ganz dran. Ich muss ein bisschen exploren, Digga. Ja, Digga. Das ist voll in Ordnung, sag ich mal. Ich will's nicht anders machen. Aber teleportieren... Ja. Ja. Ist auch ein bisschen angenehmer manchmal. Einfach. Wie ich's vermutet habe. Wo? 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 Ah, da. Hast du was gesehen? Im Dach? In der... Da ist was. Am... Komm. Er will nicht. Er will nicht. Na dann rein mit dir, sag ich mal. Nimm mal dieser Brustkopf aufgerissen, ne? Ich frage mich eigentlich, warum dieser Brustkopf aufgerissen ist. Weil jetzt noch nicht schön ist. Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Ich bin hier, ich bin hier! Das ist ein bisschen tricky, tatsächlich. Uff. Okay. Erstmal obvious mäßig. Lol, das ist wieder ganz raus. Ne, das ist benutzt okay. Warte mal. Okay. Was zum Fick hab ich gemacht? Okay. Ist das so? Ja, genau. Ja. 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 In Programmierung bin ich besser tatsächlich. Ja. 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 Alter, das sieht ganz gewaltig nach Krebs aus. Warte mal, hier sind so zwei. So ein Laser? Ah ja, ich sehe es. Ach so, ja, okay. Ich dachte da durch, tatsächlich. Ja, weil er sich gerade wieder bewegt hat und das nicht mehr da war, das hat mich verwirrt. Aha, aha, okay, okay. Haha, da geht's, endlich. Ich gehe hin. Wie weit ist die Perfene Junktion? Du gehst durch die alten Subway-Tunnel auf dem Weg zum Trainwärter. Haben sie schon angefangen, nach unten? Ich glaube nicht. Das ist gute Nachrichten, weil wir noch Zeit haben. Oh, das ist großartig. Oder schlechte Nachrichten, weil sie sie bereits töten. Und du musst nicht, einen Körper zu移ern. Du musst einfach nur... Oder Bernhard. Du bist noch da, Alex? Mhm. Übernahme, Micha? Hm. Okay, da bin ich wieder. Da bin ich erst wieder der krasse Spieler. Jetzt läuft der Motor nicht mehr heiß von dem Giprit. Hey, Russell. Ich habe gerade eine hohe Syringe gefunden. Gott weiß was. Ist das Medizin? Hat es eine Skull und Kroßböne drauf? Ich sehe nicht einen. Wahrscheinlich Medizin dann. Okay. Alles klar. Aber dann ne, ich mach das mal. Medizin auf die... Rechtern. Dann kann ich, während ich die Waffe habe, ziehen und mir direkt reinspritzen. Muah. Hörst du das? Was ist das? Oh, Mann. Ja, das ist... Das ist der Weg, wir müssen gehen. Kein Schotten? Ja, das ist... ein Schotten. Mh, wer ist hier... Normalerweise dürfte er jetzt nicht mehr runter machen, weil er satt ist. Okay, ist ein Scheißegal. Aber guck mal, die süßen kleine, ne? Hier und sterbe ich die kleinen. Er hat auch noch nie so gesehen, dass es halt wie Spuren sind. Boah, die sind schon krass aus, ne? Alter, die Zehnchen, da möchte ich nicht... Also, die möchte ich nicht knutschen. Einfach mal einen zum Kuss geben, der kann doch. Ich hab jetzt einen Schuh gefunden. Jetzt gibt es Handschuhe. Appa, appa. Und was er sagt zu nicht, äh... Hat die nicht geschmeckt. Aber nicht. Nee, nee, was machst du da? Hier der ganze Zeit geraschel. Ist doch so. Digga, hier sind ja fast keine Kinderriege mehr. Was ist denn hier? Na, sorry. HWF macht hungrig. Aha. Noi. Digga, du hast den benutzt, ne? Ja, ich hab ihn an. Also, ich glaube, das siehst du nicht, weil das Sichtfeld nicht so groß ist. Für Strahlung? Nein, das ist ja. Röntgen pro Stunde, ja. Wie viel Röntgen? Not good or terrible. Wie viel Röntgen? Alle. Boah, Digga, mit einer Hand. Puh. 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 Ja, okay. Was will ich mir in das Spiel sagen? Ach, warum mach ich denn da? Aua! Autsch. Der mit Radiofragen. Scheiß Realismus. Oh, das hat wir getan. Na komm. Ah, die sind schon. Der Helm, alter. Wie ist er denn, Helm? Ach stimmt, der, der beschützt sich dann einmal vom Badeke, weil der Helm, der Helm ist, ne? Ja, ja. Hab ich auch irgendwo da im Trailer gezeigt. Ja, jetzt sind wir hier im Gameplay-Video. Ja. Ich hab'n Geiger als Helm. Und ich weiß die nicht zu benutzen. Klassiker. Ja. 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 Ja, jetzt treffe ich den Arm. Fuck. ich habe getroffen okay doch ich bin fast auch gewöhnt ich greife hier ganz normal magazin das ist die lehre nicht die ich benutzt habe ein bisschen mehr kunden hat hat noch einige schon gehabt gleich in voller montur gasmaske helm anzug er hätte mein vater schatz das hast du da an ich habe es gewonnen auf dem schild auf dem boden nein nein warum hier ist auch die aufgerüstung rüstungsschutze aus der bräuchte das tool man sagt die abgestaltung kann ich kann mein gesicht greifen also richtig das triggert das kann ich nicht mehr auf ich glaube ich in acht verdammte schalte ah well you know what i say about resin alex no what do they say about resin danke das meine idee verdammte scheiße muss man ja jetzt gucken weil überall was sein kann ameisenlöwen arfe war ich mein inventar ist mein haustier ich nenne sie stefan digga jetzt geht es los jetzt ich meine brüder an ab jetzt bin ich stumm so authentisch jetzt kann was in kein schrank da gewesen das war die rechte hand tja gegen das system das ist noch ein bisschen was das muss man alles anziehen naja naja super headcraft jetzt mit exoskelet jetzt mit exoskelet mit exoskelet mit exoskelet gleich hier ein double kill naja naja was was wenn man fast ich habe aus dem daumen gedrückt nicht die daumtasse drücken wenn du schießt hat die wiener waffe hier mit dem daumen seite ist das realistische ja was ich habe sie genau gesehen ja wenn ich wenn ich links greife ja ich habe immer noch wie pavlo ich bin jetzt wie die waffe wächst wie bei bachlo verlebt ich habe so viel pavlo gespielt ich habe ich magazin gesehen im eifers gefechts was jetzt okay wir brauchen wir noch ein dann gehen wir zurück und können abwählen aber ist auch im rechten schild ja was sagt einfach als sie dann vorbeiläuft hat sich so eine schild zu tun gehabt das kann sein ja ich will nicht boxen so geboxt ja 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 das ist nach polymeer für die was jetzt nicht für die waffe gott da ja es wird aus und weg ist es verdaut es verdaut du das ist aber was polymeer polymeer ist okay sagt das ding ist ja das sind die waffen kisten habe gar nicht erkannt wo ist noch ein polymeer ja das ist ja wohl ob wie ist da muss ich aufpassen ja ich bin das noch mal ja ja der 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 frau geht nicht um das ganze in den rhein und sonne und alle ist jetzt alles mit dabei wie alles alles was hier ist ist dann dabei das programmieren brauchst du kein index ist doch nur dann einfacher dass das reflex für sie würde sagen ja ja ich muss das so bitteschön alter jetzt geht's los richtiges reflex wie sie halt wie es da stand jetzt ist hier schon mehr nach der ex kann aus jeder vorne immer dieses diesen dicken bolzen gehabt da kann man auch immer besser zielen weil man kippen konnte es halt immer ein bisschen schwieriger hat sich gelohnt ja 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 ja